Yo, da sind wir wieder Hallo Genau Jetzt machen wir nochmal flott meinen Weg Aber lass ruhig... Ah ne, lass doch nicht Was gibt's denn da oben? Mach du das mal auf und... Nee, ich mach das nicht nochmal auf Klar, mach mal bitte Come on Wenn ich hier sterbe ist irgendwo Ah lecker Es ist ein bisschen schwer gerade Oh man Leute, ihr seht hier einen Kackbunnen am Dienst Hallo Was? Aaaaaaah Okay Wir haben hier noch einen Kackbunnen am Dienst Jetzt bist du dran, Johnny Aaaaaaah Wirst du ihn jetzt töten? Nee Oh Oh Pro, Alter Ja Noch nie gemacht Hab ich das Fett, ey Oh Easy peasy lang und squeasy, Leute Peke des alten Ritters Kann ich was? Misch nicht Mischte gucken? No, kann ich nicht Ja Ja doch, die sieht schon cool aus Brauch ich aber noch Mehr Attack-Speed Geschicklichkeit To the rescue Hallo Gibt's dir noch's treffen? Ja Was guckst du überhaupt? Ich dachte, wer ist da oben Komm her Komm her Lass mich keine Scheine da Lass mich mal die fetten E-Tams einsammeln Uhuh Wait for me Gehst du jetzt oben längs und ich unten? Ja, unten musst du eh lang Achso Für ein bisschen wistiges Zeug Joa Wo kam der denn jetzt? Und Unverwärter Was Sägen Deine Wangen Ich habe einen Geheim. Achso Kleine Bitch hier. Komm, mach's nochmal. Läuft sich das Fahrrad? Nee, nee. Nichts. Nee. Na gut. Nur mit der Bitch da reden. Bitch, bitch. Ich sehe da nicht, Lucati, ja, nee, dieser Gestorger. Bei mir? Ja. Wann das denn? Ja, wo bist du runtergefallen, ist das was? Alter. Oh, stimmt, wie schwul. Oh, dieses ganze Scheiß-Gift hier, Mann. Wird noch richtig zum Hulk, ey. Oh, nee, ne. Na, was ist los? Wird's vergiftet? Ja, klar. Nice. Was ist los? Skeptiker gewirrt, best item in the game. So, die Hans-Wurst-Ruhr brauche ich nicht, ist hier noch irgendwas? Nein, nein, gut. Den aufzumfaß. Uuuuh. Hey, steck fest. Ach. Egal, mach das nicht, ich damit fett wohl hier. Ja, ist zum. Oh. Nein, bitte nichts machen. Kleiner Damage-Unarchie von meiner Lanzen-Zunfaus-Zwachen, ey. Ganz klein. GG, Leute. So wird das gerusht hier. So, wenn der sich hier mal verpissen würde. Willst du, ne? Komm her. Komm her. Komm du da her. So. Können wir hier auch mal weiterspielen. Wie sich das gehört. Na, jetzt kommt der schwere Teil. Okay. Oder der hat noch ekligerere Teil. Teil. 2048. 11 Quarts, meine Lieben. 2048. 2048. 2048. 2048. 2149. 2249. 234. 2467. 2161. Rufst du mich, oder? Ich ruf dich dann, ja Bist du schon ready, oder? Ja Okay, dann lege ich hier kurz, also Wenn man kurz vor der Tür ist Den Raum mit dem Leuchtfeuer, ne? Genau, beim nächsten Leuchtfeuer bin ich jetzt Und dann bin ich noch weiter Kurz vor dieser Vor diesem Zahnrad In der Türgerramp Okay Okay Hm Jo Lootung, ey Ich hab doch gelitten, alle Christian, der kleine Kackpunkt kriegt schon ordentlich aus dem Maul Ohne uns Dann müssen wir ihn mal zur Hilfe kommen War hier nicht irgendwo Scheinbare Wand oder irgendwas? Ne, ne Verarschen dich ja alle nur Tschüss, du Oh Pfff, wie er zu dir bin, ey Jo, vergiftet, ey Von einem Schuss? Ja Krass So, wenn du noch deinen fetten Arsch, dann mal Ja Ja Oh nein Äh, ja, oh, ich kick jetzt mal Ja, oh, vergiftet nicht hier anhängerin ist gar nicht das Leben ich bin jetzt auf den ganzen Städten muss man den Hebel noch ziehen in der nächsten Truhe wir sind hier an der Warnung für diese Gifting Alter Eita! Alter Eita! Was ist denn für Hans Wursterkrieg, dass du so aufs Maul gekommen bist? Ja, die hier! Was rennst du denn eigentlich weg? Keine Ahnung, wo bist du denn? Alter, willst du mich verarschen? Du hast mich ja gerade gesehen. Ja, aber der Gang ist doch nichts für ein Feig. So, dann mach mal den Sprung hier. Ja. Die Träume. Kann man auch hoch gehen, die Leiter. Oh, ja, Leute, seht ich. Oh, dem gefällt es. Und vergiss er. Schild der Männchen. Dembo da mit dir, du Messstöck. Schild der Männchen. Irgendjemand macht hier Lärm. Ja, die da oben machen Lärm. Ja. 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 Kannst du auch treffen oder wo? Das sind ja auch mal killen. So, wo ist hier die kleine Falle? Ah, ja, die steht schon. Hm, jetzt haben die wieder die Tür zugemacht. Ich hasse essen. Was? Das sind ja noch nie gemacht bei mir. Ja. Da muss ich so langsam machen. Maske der Männchen. Das ist ja bald voll equippt, ey. Hm. Alter, kommt einer runter. Oh, ja. Egal, soll er da bleiben. Alles zu Unsinn hier, ey. So, wir machen jetzt einen Tricky Jump. Na. Da ist ja noch einer, ey. Wir geben alle her, Jungen. Das war der, der runtergefüllt ist. Krallen der Männchen. Hm. Oh, pass auf und staune. Ob mich fack ich denn jetzt nicht? Oh. NEIN! Das war so klar. Ja. Au. Oh. Alles in Käftbasen. NEIN! Ich bin gleich tot, Alter. Komm raus, da, Johnny. Das hier so gar nicht meins. Kann rechts ist auch noch so einer? Ich glaube nicht. Uah! Uuh! Komm, drop was geiles. Uuh! Ich glaube, das ist eine Falle nochmal. Oh, ja. Ein Pharoos. Mensch. Goyul. So, dann gehen wir hier weiter. Ah! Oh, ne. Oh! Geil. Dann müssen wir rüberspringen, dann machen wir erstmal was anderes. Hier unten ist ein Secret, oder nicht? War das hier? Ah, ja. Ist gut. Genau. Hier rechts runter, glaube ich. Ist noch eine Tür. Achso, das war ja. Aber die Quest für den müssen wir leider machen. Hm. Ja, Trenés. Oha! Hab ich jetzt schon den Schatz gemacht für ihn? War das der Schatz schon? Keine Ahnung. So. Warte mal, jetzt müssen wir glaube ich hier lang. Ja, jetzt müssen wir hier den Fahrschüler irgendwo aktivieren. Ah! It's a trap! Alter! Richtig geiles Gebiet, ne? Wo ist denn das scheiß Ding, bitte? Das... Draußen. weiter weg. Ja. Ach ja. Und nicht drauf stehen bleiben. Nicht? Ne. Doch. Ne. Viel Spaß, wie du zerquetscht wirst. Wie zerquetscht? Was nicht zerquetscht? Ne. Man fährt auch hier hoch und hier oben ist ein Item. Die Truhe ist hier. Mit Truhe? Ja. Aber auch was, oder? Ja, ja. Okay, dann komm ich jetzt auch nochmal hoch. Ich dachte da oben wird irgendwann mal zerquetscht. Ne, ne. Darunter wird man zerquetscht. Du kommst hier nicht rauf. Nimmst du, ey. Boom! Was ist denn hier drinnen? Schnellbeilig! Hier, Rachel! Oh! Jetzt quatschen wir mal mit den Typen, dann sind wir ja fertig. Also, wir machen den Jump noch. Das ist bezweiflich. Der ist mega schwer. Vor allem, den müssen wir beide, ja. Ja, müssen wir nicht, aber... Okay, anscheinend habe ich schon den Shot gefunden vorhin. Gut. Ewig auf den einen, den Typen. Ja komm, wir lassen das. Gehen jetzt in den Pass. Gibt's nochmal... Äh... Hier an. Ich werde... Ich verlaufe mich nur... Yes. Was? Ah, jetzt sind wir hier. Ah, jetzt sind wir hier. Was? Ja, komm hier. Pack die Scheißleider dahin. Oh, dead Cutscene. Was? Ich habe da einen Item übersehen. Ah ne, da sind die. Gut. Das macht er einen Teil. Hm. Keine Ahnung. Alter, schon wieder... viel zu lange aufnehmen, eigentlich. nicht. Wie lange braucht man denn? Wo ist denn der nächste Boss schon? Kommt der gleich? Ja. Das dauert noch, ne? Die Schlange da unten ist das, ne? Oben, ja. Wir müssen jetzt ja mal eine kleine Leiter hochklettern. So lang dauert das nicht. Wie raschen da schnell durch? Boah, eyla. Ist der Trap? Aua! Boah! Oh man, Alter. Was ist er denn verknallt, ey? Ich bin tot. GZ! GZ! Wir beenden die Folge. Tschüssi!